und willkommen mein name ist daniel bro lp und ich bin mit mario roaster ich ja gerade irgendwie nicht da ist ja auch zu flexen es gibt mir mehr zeit zum flexen ja wir sind immer noch ist immer noch in level 14 in aktivität weil wir mit dem level start sind rausgeflogen aber ich denke mal da bin ich wieder so ein neuer ich bin ich nicht aus dem spiel jedenfalls ja doch kenne ich aber kann mich nicht erinnern den gaben ich werde mit spät und alles klar wenn man hier bedenkt dass kräfte jäger heißt ich jage jetzt ich bestimmt auch wien stopp nein mission gescheitert wir haben unterlaufen da kann man hat sie ja er kann euch anschleichen ich bin überall und nirgendwo manchmal sogar ich bin tot da komme ich nicht aber glaube ich nicht ich glaube du kommst du dich auch ich glaube du musst jetzt darüber ich habe ihn oben lang lieber er spricht man ja mal direkt nach unten also ich bin auf der plattform geblieben heute jagen wir hell ich bin ja unten hier war eine riesige schlange alien dingen so sind die hier verdammt macht ja auch nicht oh god oh god oh god tequila gefälligst nein gerade nicht muss er jetzt jagen ja ich habe schon gesehen gerade in steiner oben gesehen habe ich gedacht habe wenn er jetzt runterfällt da wird das volle wehtun auch besser lente ok jetzt gehen da rein und drücken entscheid ich halte doch mehrmals ja auf dem aufzug ja jetzt ich stehe da unten und du kommst auch so gefahren so ein luke ich sag mal und hierher komme ich von der mona das weit immer weg fliegen ja durch 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 vorsichtig über dir ist ein stein au au nein stein ist gestorben ja zwei stöcke das kann nur ein boss bedeuten noch 30 sekunden aber wir müssen mal leben glaube ich ja dem 2 seit ich nie habe kein problem bei mir kommen sie gar nicht hoch bleibt mal weg bleibt mal weg ich habe noch zwei leben ich habe noch ein leben kann doch jetzt nicht wahr sein nein das gibt es nicht so viel leben so gut 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 du hast einen du hast einen gut du hast das ist ein die folge stein doch da kommst du sogar hoch ich weiß das war nicht gut was diese steine aber eine decke das fällt nein oh Gott und und ja das hier war kaputt ha ha nein auch ich meine K Steve oder 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 ja aber nicht streichen wir machen ja nach becken ich könnte auch nicht da kannst du auch super rein das ist wie Chris Redfield ja getötet Nein. Komm herunter. Komm herunter, du bist ein Stück. naja ich war da macht die in der luft gleich recht wirken säure auf uns dann kann man wir gehen was wir drücken ja war der flachbruch so groß die brothers hat ja ihre eigene toilette themen aber ja natürlich man ist es sich langsam mal wieder zeit für einen kaufkampf denke ja aber ich bin anderen ich kann dem legen schießen 6 vor ins gesicht man ich kann man könnte das durchblüsen ja ungefähr so ja hey du musst dein boden geben ich bin nicht gut wie bro, falls nicht um solche Sachen zu kümmern oh, Fosco Halt auf die Hive! The weak spot deep in the infested caves Aber scheiße Wo bin ich? Ähm Ja irgendwie sehen wir uns weiter gar nicht Ah Ah die hat sich zurückgekickt Ich war so mit dir ein kleiner Mann Ja gut okay aber wir starten von hier aus wieder Auf Nein warum Das ist so natürlich dran Wir müssen nur Wir müssen nur erst die Waffen auf clevere Weise entschärfen Indem wir die kaputt machen Und das ist noch ein Leben Und das ist noch ein Leben Und das ist noch ein Gefang da Wie kann man denn? Hallo? Oh guck du moin Oh guck du moin Den Kerl attackieren Ähm Ähm Okay Okay Sehr gut Ah perfekt Nein 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 du hättest du überlebt bist Nein Ähm Das gibt es nicht man Ähm Ähm Hör Guck Hör Waaah 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 Waaaah Waaah Waaah Waaaah Waaah Waaah ich bin meine dinger nicht sehr gut so einer da habe ich ja gar keine schocks gegen einfach schlagen einfach machen aber gar nicht einfach nicht anlassen nicht anpassen schlagt ihn einfach das ist jetzt gestorben sind zu kurz bestem pro der mann der mann hat beruf der zählte sich armo schwarzen weg glaubt er da den ich habe der könne auch helfreich sein der stadt über den index Bro Ah Let's get out 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 Yeah We did it Yeah Yeah We're still Okay Ja Okay Untergangs Tacho Oh, das ist die letzte Level Oh nein, okay Können wir ja schon mal reingehen Das geht endlos Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika Alles selber berichte über Dämonen und das absolut böse, aber flug uns Macht die zum Menschen Okay Ja gut, okay, machen wir sie zum Menschen Ja, rein da Ja, nein, doch Warum ging es die ganze Zeit mit der Elmi Da werden wir mal die absolute abkalypse mal aufhalten Warum denn auch nicht Ja, das ist der Job von Amerika, ne Ja 3, 2, 1 Go Wow Ja Ich glaube, die Welt ist schon untergegangen, so geht aussieht Zombies Wenn man zombies jetzt wirklich Beleben sich wieder Super Zombies Ich habe was woher durch Ich habe was woher durch Das weg Kein Pfeifer Cuttings Nein Du bist du in der Cutting Du bist du in der Cutting Du bist wirklich in der Cutting gestorben Nein Ich bin ein echter Bro Nein 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 Okay, diesmal warten Ich habe vielleicht auch vielleicht noch nicht gepflegt Äh, 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 äh Äh, äh, äh Ja 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 Dann gehen wir weiter Wee Oh nein nein Danke Ey Erst Erstgebiet geschafft Ah, Terroristen, Aliens, Zombies Ja, weil warum denn auch nicht? Let's go Ah, Terroristen, Aliens, Zombies jihadisten zombies ok da wusste ich doch haben wir eine ansprung auf rave hart körper gesicht an freiheit ich mag hier sagt du bist du bist du hast das spiel doch schon gespielt es sind die boden wir werden alle einen teil von amerika irgendwann wir sind hier um die welt zu amerika zu machen machen wir every country belongs to amerika ich glaube dass das schon das ziel war aber egal ja nur nicht unsere keine aliens weil du wirst aufgespießt gar nicht sehen nicht so mit die technologie vom robot nicht umgehen kann ja genau einfach alles auf den weg sprengen auch warum ich da gerade getötet hat every country belongs to amerika kannst du mich gerade wieder leben ich wollte es tun ich wollte dich tatsächlich wieder ein leben ist aber nicht so jetzt schrei mal ich schüre in der falke wir kommen wir haben ein schwert weggeworfen doch ist ein schwert weggeworfen da warte man da kann auch mal laufen ja weil er doch nicht glaube weil er war halt schon in so einer gewissen art und weise tot ist die leichen okay wir können begleiten dann auch wenn man schwer hat man schwer zurück wir boxen ja war weiter wir sind die aus erwähnen amerika oma taco hell schlage ich ja oh gott ok damit hätte ich jetzt nicht gerechnet also es war doch wie war keine boss gegner es waren halt so ähnlich wie die gett legt ja 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 mein spaß haben wir in dieser akokalypse mini boomer vor exklusion oma hier ja 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 also jetzt machen wir es ja auch mal überstammt ihr was passiert ist runtergefallen ich dachte ich konnte ein bisschen weiter so ganz plötzlich noch jemand reingefallen gar nicht da aha so nein ok mein gott was macht dieses licht erinnert mich irgendwie so ein bisschen an gmod erinnert mich erinnert mich ein echter ja erinnert mich 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 ich nehme sehr stark an hier nach kommt irgendwann leichte finale post oder so ja ich bin es offen und ja dann bis zum nächsten part ja von flex flex make me a bro ja ich flex mit dem bro tschau 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 tschau